Das ist Millie. Sie hat drei Schwestern und sie hat immer Hunger. Am Wochenende trifft sie sich sehr oft mit ihren Schwestern, um in einem Restaurant etwas zu essen. Was nehmt ihr? Also ich nehme wahrscheinlich die Melonen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin halt sehr verfressen. Ich kann dafür leider auch nichts. Ich liebe es, etwas zu essen, der Geschmack, wie er sich in meinem Mund entfaltet und das ist einfach unbeschreiblich. Millie gibt im Monat 400 Euro in Restaurantbesuchen aus. So, einmal die Melone, einmal Honig, einmal Fisch und einmal Popcorn. Lassen Sie es sich schmecken. Danke! Ich muss sehr doll aufpassen, dass ich nicht in die Schuldenfalle reintappe. Aber ganz ehrlich, für Essen, das so lecker schmeckt, kann man ruhig mal ein bisschen mehr ausgeben. Wir hoffen, dass sie nicht noch allzu viel Geld für das Essen ausgibt und wünschen ihr und ihren Schwestern einen guten Appetit. Ich mache deinen Namen. Ich mache deine L�p und meine Llamä